Die Feder ist eine äußerst mächtige Waffe. Ideologische Literatur muss jetzt eine vollständig sowjetische konsolidieren. Wo ist mein Mann? Mein Vater als Schriftsteller. Er hat sich immer bemüht, seine wahren Absichten vor dem Leser zu verbergen. Und wenn ich etwas ausrichten kann, werde ich alles in meiner Macht Stehende tun. Gleich wird er sagen, zu welchem Preis. Bis morgen haben wir Bedenkzeit. Seht nur, was für eine mächtige Waffe ein gesenkter Blick ist. Er gleicht einer wortlosen, totalen Kapitulation. Sie denkt, ich lebe und recht platzen. Holzweine verdienen den Tod. Du hast es von Anfang an gewusst. Stoffi! Stoffi! Er wurde angeklagt und... Ein ausgestopfter Tiger und ein Löwe. Zeugen der Geschichte in diesem Museum, das das Vergessen aufbewahrt. Er wurde angeklagt und der Geschichte in diesem Museum, die Sie in der Geschichte in der Geschichte der Geschichte ist. Aufwärtert und ein Kind. Er ist beteiligt. Er ist mit einem sehr schweren健全en, von dem nach demoregen zwischen das Geist und demat он ist. Er ist mit einem sehr schweren Raum.